Der Magerrasenperlmutterfalter oder Heinfeichenperlmutterfalter ist ein Schmetterling aus der Familie der Edelfalter. Merkmale Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 32 bis 36 mm und gehören damit zu den kleinsten Perlmutterfaltern in Mitteleuropa. Ihre Flügel sind auch langgestreckter als die der anderen Arten. Die Flügeloberseiten sind gelb-orange und tragen ein Muster aus schwarzen Flecken. Die Außenkanten beider Flügelpaare sind fein weiß und schwarz gestrichelt. In der Postdiskalregion ist eine schwarze Punktreihe parallel zum Außenrand angeordnet. Die Diskal- und Basalregion hat etwas größere, bis zu den Adernreichende, Flecken. In der dunklen Basalregion ist ein größerer, runder schwarzer Punkt zu finden. Die Adern der gesamten Oberseite sind fein schwarz gefärbt. Die Flügelunterseite ist relativ dunkel aus einer Mischung aus Violett-Braun und Ocker-Gelb gefärbt. Vor allem in der Mitte. Aber auch am Ansatz kann man drei größere und einige kleinere Perlmutterflecken und daneben einige Ocker-Gelbe Flecken erkennen. In der Postdiskalregion verläuft eine etwas deutlicher Violett-gefärbte Binde. Dahinter kann man analog zu den schwarzen Punkten der Vorderseite mehrere braune, dunkel gekännte Flecken erkennen. Am Außenrand finden sich einige dunkle Bereiche mit vereinzelten weißen Einschlüssen. Die Raupen werden etwa 20 mm lang und sind denen des braunfleckigen Perlmutterfalters sehr ähnlich. Sie sind schwarz-bräunlich gefärbt mit feinen, weißen Punkten und tragen auf jedem Segment eine Reihe von hellbraunen Dornen. Anders als bei der ähnlichen Art ist das vorderste Dornenpaar aber nicht verlängert. Die Tiere kommen in Europa vor, sie fehlen aber in Teilen des Mittelmeergebietes, in Nordeuropa und auf den britischen Inseln. Östlich erstreckt sich ihr Verbreitungsgebiet über den Kaukasus bis in die Mongolei. Man findet sie in Höhenlagen zwischen 500 und 1550 Metern. Sie leben vor allem auf kalkigem Trockenrasen, manchmal auch auf sandigem Magerrasen, in lichten Wäldern und auf brachliegenden Äckern. Sie sind im Süden Deutschlands noch nicht selten, im Norden kommen sie aber nur vereinzelt vor. Im Allgemeinen kommen sie in nur geringen Individuenzahlen vor. Lebensweise, Flug- und Raupenzeiten Der Magerrasenperlmutterfalter fliegt in zwei Generationen von Ende April bis Mitte Juni und von Mitte Juli bis Mitte August. Die Raupen findet man ab August und nach der Überwinterung bis April und im Juni und Juli. In ungünstigen Jahren oder an kühleren Orten bildet sich nur eine Generation aus. An optimalen Standorten kann sich auch eine dritte Generation im September und Oktober entwickeln. Nahrung der Raupen Die Raupen ernähren sich von Raumfeilchen und anderen Feilchenarten, aber auch von Brombeeren, Himbeere und kleiner Brunelle. Entwicklung Die Weibchen legen ihre kleinen, hell gefärbten Eier an schattig stehenden Raupenfutterpflanzen ab. Die Raupen sind tagaktiv und überwintern halbwüchsig im dritten Raupenstadium. Die Verpuppung erfolgt in einer braunen Stürzpuppe, die am Rücken Silberflecken trägt. Sie ist der des feurigen Perlmutterfalters sehr ähnlich, aber viel kleiner. Gefährdung und Schutz Rote Liste BRD 3 Rote Liste BRD 3